So, ein Unboxing haben wir ja noch, und zwar der Palabtoch. Schauen wir mal, was hier drin ist. Okidoki, Garantie-Kante, Benutzer-Handbuch, in ganz klein. Brauchen wir ein Benutzer-Handbuch? Nicht wirklich. Da ist der Netzwerk-Adapter. Also, mit durchgeschleift USB-C. Schick, schick. Hier. Das Gerät kostet 99 Euro. Ich bin ja immer nur, eigentlich möchte ich das hier aufschrauben. Was mache ich hier mit? Also, so eine Markierung drauf. Ding Dong, die Fingertante ist da, jetzt wird massiert. Da unten gibt es einmal Strom durchgeschleift. Das ist ein Stromzeichen beim USB-C. und halt der Netzwerk-Stecker. Damit wären wir dann in der Lage, damit wären wir dann in der Lage, das Videosignal, zum Beispiel an die OBS-Software, nicht an die Osbot, an die OBS-Software, durchzuschleifen. Per Netzwerk. Coole Nummer. Gleichzeitig hätten wir USB-C durchgeschliffen zum Laden. Das macht Sinn. Wir testen das auf jeden Fall. Ich bleib dran für euch. Hier wird alles einmal in Betrieb genommen. Danke. Vielen Dank. Vielen Dank.